Während unserer 80-tägigen Reise haben wir viele Kunstwerke gesehen und sind über 1500 Jahre gereist. Die letzten zwei Tage wollen wir nun zwei ganz jungen Künstlern widmen. Beide Künstler sind um die 30 Jahre alt und haben schon viele Ausstellungen gemacht. Man weiß noch nicht, wie bekannt sie werden oder ob ihre Kunstwerke einmal in einem berühmten Museum hängen werden. Dies hängt von vielen verschiedenen Begebenheiten ab. Aber schon heute kannst du sehen, dass sie große und neue Ideen haben. Überleg dir mal ganz genau, welche Motive du in den letzten Wochen gesehen hast. War so etwas schon dabei? Diesen Hund mit dem Basketball gibt es wirklich irgendwo auf der Welt. Sein Herrchen hat ihn abfotografiert. Und weil er das Bild so lustig fand, hat er es ins Internet gestellt. Der Künstler Marco Nikolaus Heinzen sucht die Ideen für seine Bilder nicht in der Natur, sondern im Internet. Die komischsten und verrücktesten Bilder kommen dann auf die Leinwand. So wie dieser Hund. Jedes einzelne Fellhaar des Hundes überträgt Heinzen dann mit Ölfarbe auf die Leinwand. Bis ins 20. Jahrhundert wurden nur sehr wichtige Personen wie der Sonnenkönig oder ein Fürst oder Ereignisse wie eine gewonnene Schlacht oder eine wunderschöne Landschaft auf eine große Leinwand gemalt. Durch die Übertragung eines Internetbildes in feinster Ölmalerei auf eine so große Leinwand bekommt unser Hund plötzlich den gleichen künstlerischen Stellenwert wie damals der Sonnenkönig. Das klingt vielleicht etwas verrückt, aber widerspiegelt unsere heutige Welt, die ohne Internet und leider viel Oberflächlichkeit nicht mehr auskommt. Mit seinen Bildern hält uns Heinzen ein Spiegel in Form eines Gemäldes vor Augen.